Dafür mach ich Fisk! Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde an die Starte Dallocard! Wo ist ehrlich? Kein Abdomen, kann ich die Einleitung machen? Steffi hast Dallocard, Goro bei Guntran, Botstar, Fisk, Juli, ich... Fisk ist mit Dallocard! Fisk ist schon wieder dabei! Leck mich! Mann, ich hab eben den Livestream gestartet! Bis zum Ellbogen! Ich will Dallocard erschießen, der hat mir 30 HP abgezogen! Ich hab Dallocard getroffen! Und ich hab wundervolle Texturen! Scheiße, der war's nicht! Es ist aber Pixelspaß! Wir haben nur ein Detel! Ein Detel muss reichen! Es ist übrigens Pixelspaß! Kondra, mach Pixelspaß noch! Nein! Wenn er jetzt Nein sagt, ist es! Nein, mach's verpastelt! Ihr wollt alle aufs Fressbrett von mir! Nein, Goro will aufs Fressbrett von mir! Auf ihn! Töte Goro, los! Goro hat mich angehauen! Goro hat mich angehauen! Grenz hat dich gehauen! Das war Goro! Ich wurde für weniger getötet! Gute, dass ich aufm Desktop fliege in dem Moment! Wer war das? Du! Hä? Hat der Traitor sich mitgenommen? Entweder das oder du warst es! Nein, nein, ich war's nicht! Meinst du, der ist weg? Ja! Sicher? Ja! Kondra? Pixelspaß müsste Traitor gewesen sein! Ja! Und einer hat gesoffen! Ja, und ich hab nicht gesoffen! Siehst du? Hast du ein Radar? Nee! Er hat ein Ding uns an! Dead Ringer! Nee, wie heißt das nochmal? Ja doch! War so lange nicht dabei, sorry! Schon lange her! Ah, ich dachte ich kann mich hier heilen! Nee, das ist die Mikrowelle, weswegen ich da nur erschossen hab! Da ist er! Ach ne, es ist Early ist es! Oh mein Gott! Er lebt noch! Er läuft im Gang! Er läuft... Aber ihn... Was? 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 Wie denn? Du warst doch da die Treppe runtergegangen! Ja, woher wusstest du das? Ich war unsichtbar! Man sieht deinen Namen, wenn man auf dich zielt, ne? Das weißt du! Was war das? Hä? Ja, aber war auf! Ach! Alter Haar! Adlerauge nennt er mich! Alter Haar! Ja, aber hallo! Ja, aber hallo! Warum tötest du dich? Warum tötest du dich? Doch, die wollte auch krass in meine Richtung geworfen! Ich wollte Fisk aus dem Fenster schubsen! Und dann hab ich die Mikrowelle fallen gelassen! Und dann hat die dich getroffen! Aber voll! Ahja! Okay, warte mal! Das sah voll nach Absicht aus aus meiner Sicht! Hör dir aufreden, ne? Fühlst du aus dem Fenster werfen? Ich bin doch gestorben! Ja, ewig hab ich noch nicht verpasst danach! Goro, gib weiter! Mir fehlen grad zum Passau-Tax hier! Ey, was hast du da geworfen? Tü, 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 tü! Wo ist eigentlich der Kapuze? Ja, aber so eine Stimmung hier! Ich weiß, wo Kapuze ist! Fangen wir spoilern was! Jeder wirft einen Spoiler in den Raum! Für die Leute noch nicht geguckt haben! Von irgendeiner Serie! Aber nicht sagen welche! Nein! Ich weiß, dass dann schon die Serie kommt! Oder wie wärs damit von Filmen? Das One Piece gibt's gar nicht! Oh nein! Nein! John stirbt! Hey, Nefi hat den gekillt, oder? Ne, das war nicht hier! Das war unten im Maus! Random Spoiler! Am Schluss lebt nur noch der Behinderte! Hey, war das von... Ist das 300? Kann man das sagen? Nein! Oh nein! Nein! Jetzt muss man nur... Jetzt muss man nur... Welcher Film war das? Am Ende hab ich doch deine Mutter kennengelernt! Oh oh oh! Nur kennengelernt? Das ist Big Bang Theory. Nein. Hast du gerade geshoppert? Wollte ich noch gucken. Hast du gerade geshoppert? Ich bin hinter dir hergerannt. Ich glaube, Goro und Branson sind beide. Ich glaube, Julie ist es. Nein, Goro und Branson sind beide. Am Ende wurde jemand die Queen. Ach, weil die sind immer noch die Tics und Buggy? Oh mein Gott, komm dran! Das war ein Anschlag. Mit dem Fass. Mit dem Fass. Ey, er wollte mich auch gerade machen. Wo seid denn hier? Oben wahrscheinlich. Das war verdammt knapp. Ich schieße auf ihn jetzt. Oh! Was war da? Goro. Er ist Traitor. Wer? Das brennt. Der Goro soll es sein. Goro war Indo. Wer hat denn jetzt... Warte denn voll, stopp? Ey, da schießt jemand. Early hat wieder wen angeschossen. Auf Dalu. Was heißt hier wieder? Ich hab dich einfach geschossen. Du hast mich verfrüchter geworfen. Ist Early tot? Dalu tot? Nein, ich lebe noch. Early hat Dalu gekillt. Julie ist es. Early hat Dalu gekillt. Es ist Grenz. Nein, ich kenn nur. Ich hab Julie gekillt. Okay. Hast du Julie wirklich gekillt? Alter. Goro, womit hast du geschossen? Wie viel hältst du nach uns, Junge? Ich hab einen schönen Herzball gefressen. Womit hast du geschossen? Ich hab nicht geschossen. Ich dachte, du hast mit dem Poison-Dart auf Early geschossen. Nein, das hab ich nicht. Das hab ich nicht. Das hab ich doch voll gesehen. Ich hab mit der Silence AWP geschossen. Tut mir leid, Goro. Und es war so, 100% warst du das für mich. Ich bin mal kurz afk für ne Minute. Auf einmal kommt dieser Silence AWP. Und dann wechselst du auf die Farben und sagst du, was war das? Das war für mich. Weil ich ihn getötet hab. Das kam mir zu, gespielt drüber. Wo wir grad bei den Serien sind. Detektiv. Wenn ich es werde, mach ich Plasma gegen Korole. Passwort ist Schnefias mit F. Schnefias mit F. Nils ist da. Ja, dann weißt du nicht, wie man schreibt. Ja, dann weißt du nicht, wie man schreibt. Ja, dann schreibst du Schnefias mit F. Ja, dann schreibst du Schnefias mit F oder so. Ey, Nephi ist in dem Traitor-Room. Lass mal grad. Doppel E. Man schreibt es minimalistisch. Lass mal auf Nephi werfen. Ey, Pixel schießt auf mich. Oh, da liegt ne Diegel. Shit. Nephi, jetzt ist ein Baby. Hab ich aber auch gesehen, Nephi. Ihr wird gedötet. Habt ihr ihn? Die Lache. Der war nicht getötet. Er hat sich selbst umgegangen. Hast du den Deadwinger? Der wäre nie erfahren, was immer. Er war Traitor, weil er Dutchen getötet hat. Rance hat Deadwinger. Hab ich gar nicht, hab ich nicht. Er hat Dut gemacht. Ich hab den Traitor in den Welt fortgetrieben. Ich hab ihn schon gehauen. Aber der wird ausgemacht. Der will gegen mich hänsen hier, dein Nephi. Nein, du hast das doch. Du hast das doch. Du warst das doch. Plasma. Oh. Oh. Rance. Ey, lass den Scheiß. Komm her. Nicht. Komm. Das gibt es nicht. Bad Aiming ist am Start. Ja, man wirst es nicht wissen. Kommt, dann ist es. Er hat Julie gekillt. Oder? Die ist schon die ganze Zeit tot. Traitor hat... schon wird es mich sonst getroffen ich hatte nur eine granate in ich habe erst mal nur in der richtung ja aber das hat mir gereicht ja das ist richtig was habt ihr gemacht ich hatte early so bis erste seine richtung geschossen damit er halt zu mir rennt und dann habe ich dann wieder von fenster zu fenster und er hätte ich mir mal einfach gekillt das war es kundran ok wenn ich es werde Schade, schade, ey. Oh, was war mit dem Gaming? Goro Bro, er ist gleich eskaliert. Was? Klang nicht gut, ey. Ach, Dalu. Sorry, Goro. Gleich eskaliert, wir kennen uns alle. Goro ist gleich eskaliert. Ist das Kunran? Dann hol mir noch ein Brot, ey. Ja, hol dir noch ein Brot, ey. Was ist hier denn passiert? Goro ist eskaliert. Was ist hier denn passiert? Mögen sie sich erklären, Detective? Nö, geh weg. Warum lädst du Goro wieder nicht, Dalu? Ja, genau. Er schießt Early, ey. Echt? Weg. Also irgendwie trau ich Early nicht. Ja, ich trau euch nicht. Goro, kannst wieder ausrasten. Komm rein, Nils, komm. In die gute Stube. Was schreibt er da? Ich weiß es nicht, er lässt sich Zeit. Wer ist er? Fisk. Ich bin's. E Early. Stopp, stopp. Willst du mich verarschen? Ja. Aber wenn ich Tracer bin, warum erschießt er mich dann nicht? Wer war das jetzt? Wer war das? Wer war das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Pixel war's. Pixel war's. War er's? Nein, der war's auch nicht. Nee, sie hat doch Early erschossen. Oh mein Gott. Die Stube ist nicht also selten. Die hat sich selbst aufgebracht. Good Gaming is it. Ich hätte jetzt auch noch gehadert zwischen dem Game und dem. Das sollte ein G sein, ihr Dritten! Nicht ein E! Goddammit. Ja, schöner Schuss, aber... Hau mal. B-16, no scope. Goddammit. Fuck. Meine Fresse, ey. Nee, fang wieder mit dem Mundklick. Vielleicht eskaliert. Das ist nicht mal Schreibenverklick. Das war ein E! Das war ein E! Deswegen hat Pixel mich getötet! Ja. Weißt du, Goro, ne? Sagt, dass ich Tracer bin. Und statt mich einfach zu erschießen, steht da und guckt mich an. Was macht Pixel? Oh, ich erschieß dich mal! Aaaaaah! Du hattest ne Ali, wie um dich zu killen. Du warst dann auf der Liste. Vor allem... Wollte ich Pixel dann erschießen. Goro ist ja auch am Anfang einfach eskaliert. Ich mach nur die Tür ab und sehe Goro auf Dalu schießen. Ja, genau so war das, ey. Random. Einer wird sterben. Wie kann Goro's Karma noch so voll sein? Nils und ich eskalieren hier total, Leute. Ja, mein Karma, ich hatte 800, als er angefangen hat. Nils haben wir! Hörnö! Doch, ey, Tainer, wir sind fester, ich wollt grad sagen. Goro. Grenz ist wirklich tot. Grenz ist tot. Grenz? Grenz? Der muss auf dem Dach. Das ist nur noch Nils. Ja, doch! Der hat Nils Grenz getötet. Ja, und wo ist dann Grenz? Der labert nur. Wer kommt denn alles schon hier unten? Wer war auf dem Dach gewesen? Die Map ist groß, Mann. Ja, aber er war auf dem Dach. Er schießt Nils, Leute. Er schießt Nils, Leute. Hallo, Tainer? Hallo, Tainer? Hallo, Tainer? Hallo, Tainer? Dann den Selbstmord treiben, ey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Weil du Detektiv bist und ich hier sicher bin. Hast du's geschafft? Ja, ja. Nimm mal irgendwas in die Hand, womit du mich nicht one-shotten kannst. Ich hab'n leider nur. Ach, nein! Hallo? Hallo? Mach dir da mal. Was kommt da denn raus? Grenz lebt da noch. Der läuft doch noch hier rum, hier. Das ist ein Doppelgänger. Das ist Gogo. Doppelgänger. Ein Doppelgänger. Das schleicht hier lange, ey. Ein Doppelgänger. Okay, Nils schießt auf mich. Boah, wie schlecht. Ich hab' dich gerettet, Julie. Dankeschön. Warte. Dafür darf ich auch jetzt ne Plasma werfen. Aber ich hab' auch ... Ja, aber nicht auf mich. Ich hab' auch einen Schuss. Boah, nee. Wollen sie schießen? Ich wollte nicht schießen. Ja, aber anders aus. Was? Also Julie und ich sind immer ... Ja. Kann leider nicht anders machen wie im Spiel. Ja. Stimmt das, Julie? Ja. Der hat mich erschießen. Ja, er hat ihn mit mir gekillt. Ich glaub' Nephi ist es. Ja, dann lass Nephi doch erst mal machen. Dann haben wir es. Dann haben wir schon mal ein weniger. Ich hab' ne Silent Sniper oder nicht? Was war das gerade? Du hast ne Silent Sniper? Nein, hab' ich gerade gehört. So, ähm. Lassen wir die Plasma entscheiden. Wenn er stirbt, dann ist er tot. Hallo? Pixel? Das ist doch mal ne Maaßen. Einmal damit auf Nephi schießen. Wow, wow. Hier, hey. Ich hab' mich jetzt gegen ... Ja? Damit auf Nephi schießen. Ich hab' wirklich die Mikrowelle getroffen. Nein, ich wollt' gucken ... Kannst du so aufheben. Also ... Oh ja, okay. Damit auf Nephi schießen. Auf Nephi, wo ist der Nephi? Ach, da war er ja. Nephi. Okay, Nephi is safe. Oh, da ist er gestorben. Nephi is safe. Es ist doch klar, wer es ist. Wer denn? Der letzte Inhock kann eskalieren. Alles klar, ich mach das ehrlich. Außer Nephi, Juli und mich. Außer Nephi, Juli und mich. Ich schieß auch die Bibel noch schon ab. Juli hat sich schon erledigt. Warte. Du schießt. Außer wer war's? Du hast geschossen, Kollege. Es gab ne Heilige bei mir reingebauten. Außer Nephi, Juli und ... Du hast ... Ich fliege. Tschüss, schöne Welt. Early ist es. Early ist es. Hier, Schneefias, hilf mir. Er ist hier irgendwo im Dead Ringer. Links oder rechts? Ich meine links. Dahinter uns. Kleiner. Nice. Boah, leg mir am Arsch. Sorry, Felix. Das war so random. Das war so random. Nein, Early. Das war nicht random. Weil Dalu und Fisk haben sich wirklich duelliert. Dann war klar, dass einer ja Traitor ist und einer nicht. Und dann musstest du es auch sein. Wie bist du denn gestorben, Dalu? Ich hab überhaupt nichts verstanden. Ich durfte gar nicht wenig jetzt ab oder so. Aber sie ist in die Tür reingerollt. Einfach auf alle, ne? Bei mir im Raum. Ich dachte so, hä, wo hat denn jetzt die Heilige her? Wieso tut er durch die Silber? Was? Okay. Ich wollte die vor die Tür legen, aber die hat sich anders entschieden und ist reingerollt im Zimmer. Und dann kam ich nicht mehr raus. Oh Mann. Mich hat die Heilige auch noch mit rausgedrückt. Ja, ich bin auch rausgeflogen. Hab ich gesehen. Du warst auf der Date, ne? Mhm. Ich bin aber auch rausgeflogen. Das sah so gut aus. Da wollte ich mir noch... Daher kommt auf, dass wir da haben. Wenn ich's werde, räuchere ich Nephi das aus. Wenn ich werde, töte ich einfach... Geh da rein, ey. Die Dingens ist die Tasse geworden. Nooo! Ich wollte das Gesicht schießen, weil du mir nicht... Oh, wer wollte mir das... Hier schießt! Darf ich Goro... Das ist immer super. Hier schießt einer. Verzeihert denn! Macht hier Sachen geboren. Leute, darf ich Goro Prop killen? Nein. Was macht ihr Kinder? Kundran ist... Kundran. Wer bannert hier? Was war das denn Nephi? Du hast mich nicht one-hitted. Ich bin auch enttäuscht, dass es weil du still gestanden hast. Warum stopft ihr die Tür so? Kinder. Wer schafft sich? Der Deti muss hier raus. Kundran. Kundran. Hey, wer ist da hinten? Und da Pixel. Hey, Goro hat da hinten mich gekillt, oder? Kundran hab ich getwittet. Okay. Jetzt ehrlich? Ja, okay. Er lacht so, ja. Gerade wurde Kundran laut und deutlich gesagt. Und Dalu hat gefragt... Nein, weil... Ich hatte egal... Das wäre die nicht... Das wäre die nicht entgangen. Das wäre die nicht entgangen. Hör dir das mal an. Hörst du dann noch was? Was? Ja. Beweisführung abgeschlossen. Machen wir den da fertig? Machst du den da, Goro? Machen wir den da fertig? Ich hab... Ja, mach den Bengel da hier. Ich hab nicht. Du, ja. Scheiße. Also Goro ist safe, oder was? Ein Traitor ist auf jeden Fall unten. Oh! Ja, es ist... Für beide! Hey, Goro hat doch Dingens gekillt! Dieser... Versteh ich nicht. Oh Gott! Oh Gott! Ah ja! Ich wusste es! Ich wusste es! Na Kundran, da warst du überrascht, ne? Ja, ich hab dich nicht mal gesehen! Wer ist das? Ich hatte deine DNA. Ich war in dem Lüftungsstart. Das hab ich danach dann gelesen, aber auch erst. Okay. Wo hast du denn da gefunden? Goro, ey. Guck mal kurz in die Ecke. Gib ein Hatterbild und verpiss dich. Super. Komm nicht mehr runter. Das war in der Fall. Das soll ich gewesen sein, ey. Aber Nephi hat mich nicht gerundet. Ich war... Ich hab das wirklich nicht mitbekommen, weil ich grad mit Early da zu tun hatte. Zu tun. Wenn nichts wert, mach ich Early. Komm so rein. Okay, was heißt Treffer? Ich hab ja nichts getan. Komm, komm so rein. 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 Wenn wir's werden, machen wir Early. Early springt jetzt. Waren wir nicht ganz unten? Wo ist er? Wir sind ganz unten, Early. Ich hoffe, du bist tot jetzt. Ja, hopp. Ja, hopp. Bist du tot? Oh, mach doch mal den Deta an, ey. Bist du tot? Was denn? Geh rein. Nee, ich folg dir. Dein Knie kommt durchgemacht. Ah shit. Du hast mich geschlagen. Dalu ist es. Der hat mich gehauen. Ey, wer hat hier ne Falle aufgebaut? Nee, jetzt zöne Dalu drin. Warum? Wann ist eigentlich hier ein Trailer-Room? Oh ne, hier ist ein Trailer-Room. Nicht erlaubt. Wie kann man den denn aufmachen? Das ist ein Trailer-Room Early. Ach, das war der Kaffee-Dingend! Hey, was hast du da gemacht? Alter Fizz, wolltest du das? Wie kann ich mit Dalu hier eben blocken? Oh mein Gott. Natürlich. Ich bin hinter dir. Und das heißt, du willst mich töten? Wollen wir jetzt echt in den Trailer-Room Early? Das ist kein Trailer-Room. Das ist ein Trailer-Room. War er noch nie drin? Ich kenn den Raum nicht. Ist Nefi wieder in seinem Trailer-Room oder was? Was spielt? Nefi ist wieder drin. Knall ihn ab, ey. Aber er ist Dele, dann darf man nicht. Ja, dann ist er Detective Trailer. Kriegst du aus dem Trailer-Room? Hat mich nur umgekehrt. Ah! Ich kenne keine Grenze. Warum soll ich das? Das ist Trailer-One. Nein, will ich nicht. Trailer-One. Fizz, spring doch. What's da is this? Was das Liste? Was das Liste? Was das Liste? Was das Liste? Wieso verfolgt Fizz mich? Steh ich auf deiner Liste? Dalu will abschlagen hier. Ja, das schrägt man nicht. Das kann man nicht zu zweit spielen. Wie wär's, wenn Early hochkommt? Dann brennt's auch. Ah, Neil! Wurde da wieder gekillt? Ich hab mich in der Luft noch selbst getötet. Alter, oh, der wollte den Detum machen, ey. Okay, Neil, das Spiel kann ich auch... Ey, Pixel, hast du grad eingekauft? Nee, ich... Oh, was sehen wir da? Warte, da ist nix mehr. Woah! Wurde gerade attackiert. Da ist ein Dead Ringer angegangen. Ich glaub Early ist es. Hä, wieso ich? Du warst grad hier im Flur und ich hab nen Dead Ringer gehört. In meiner Nähe. Ja, kann auch überlegen. Ich kann auch überlegen. Nils zielt auf mich. Nils ist verdächtig. Pixel, Spaß, spring! Wohin denn? Spring einmal in die Luft, Pixel! Los! Ja, nicht mit mir. Oh! Warte mal, Grant! Alter! Oh, scheiße. Uh! Los, Guru, nochmal. Okay, warte. Oh mein Gott. Ich muss wieder rein. Wie das aussieht. Ja, okay. Warte, 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 warte. Also, ich glaub, hier oben ist keiner... Wie du wieder aussiehst. Was? 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 Das hier für echte Profis. Ah, die ist... Das ist ne Disco! Das ist ne Disco! Das ist ne Disco! Okay. Ist jemand runtergefallen? Ist jemand tot? Leider nicht. Doch. What the fuck? Baby! Momentan, das ist Grenz. Warte mal. Ist das Grenz? Nein! Er ist hier den Gang runter. Das kam von Nils! Er ist hier den Gang runter. Er weiß jetzt, dass ich ihn hab. Na? Entschuldig. Ich lauf hier nur so. Mh, du läufst hier nur so. Ja, ja. Das ist immer gut. Lebt denn überhaupt noch mehr? Doch, da ist noch nicht wirs. Bäh? Blind? Hier ist ein Tode. Ah! Hier, ein Dings drin. Ja, genau. Eine Ecke. Wo? Wo seid ihr? Hier. Ist er tot? Ja. Er ist tot, ja. Okay, er war sehr gut. Ist doch botz da. Schlingel. Ey! Oh, was? Sehr gut. Schade. Ach, go. Schade. Schade. Oh, Mensch. Mach voll ab. Schade. Oh, Mensch. Das war doch nur die Stat-Ringe. Da lässt er sich nur einen holen und schießt da rein. Hier kann er halt kein Case-Open. Eidaru, ich bin nicht, um einen Random-Killer nachzumachen, dann schaffst du es noch, dich selbst zu killen in der Luft. Du hast den Punkt von mir nicht bekommen. Ich habe mich selber in der Luft geproppt gehlt. Ich habe mich geslammt in der Luft. Mir ist das fast außer Hand gefallen und das hat mich in der Luft erschlagen. Ah, nee. Come on and slam. Das muss man auch erst schaffen. Come on and slam, Junge. 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 Joja Ballion. Joja, Junge. Junge. Äh, Gaurab. Das ist die nächste Musik. Ich schlag ab. Come on. Schlagen wir richtig ab. Oh Gott. Boah. Das warst du, Aldi. Aldi hat er ihn genannt. Lichter langlaufen, Gaurab. Oh, Alter. Ich habe extra gewartet. Ja, Mann, da hast du geschossen. Ich hab geschossen. Erli lebt es noch. Nein, du hast doch nicht. Warte. Ah, Fisk schießt auf mich! Fisk schießt auf mich! Wer war das hier? Irgendwer hat mich runtergeschossen. Fisk für Spaß ist hier an mir vorbeigerannt. Ja. Ne, ach, echt. Fisk für ist es oder was? Darf ich den zweiten Trailer auch noch töten? Ich bin jetzt nicht. Ich kenne zwei. Aber... Hinter den Evi. Ja, ich möchte dich auch töten. Dann möchte ich dich töten. Ne, aber dann bist du ja schon tot und ich bin safe. Ist das jetzt ein Duell? Ja, Entschuldigung, schießt! Dankeschön, Nefi. Willig! Nein, jetzt konfront doch erst, du Nase! Ja, dann wäre die Runde doch vorbei, oder? Hier ist ein D-Singer. Aber sie war doch interessant. Aber Nefi hat sie eiskalt erschossen, ne? Eiskalt! So wenig HP muss ich ausnutzen, sorry. Wird fast schätzen, dass du inno bist. Ja, ich glaube auch, ne? Mach den da! Wir sind die letzten zwei, glaube ich. Den da. Den denn? Da unten? Pixel Spaß! Oh! Der war so'n random und keinem! Ja, der war wirklich keine Absinthe! Oh, jetzt schon! Mann, ich warte da mal! Ich glaube, du musst dich sogar Hilfe dazu holen! Erstmal, hab ich dich nicht einmal angeschossen, Juli, ja? Ja, hab ich dich einmal angeschossen. Ja, und du hast mich runtergebracht. Das heißt, du hast mich random angegriffen. Und jemand anders hat mich random untergeschossen. Ja, ne? Äh, ich hab den letzten Schuss gemacht. Ich hab Richtung Juli geschossen. Wer ohne Schuld ist? Weil die einfach Pixel vorbei laufen lassen. Wer ohne Schuld ist wer für die ersten Mikro? Wenn man, wenn man jemand anderes als Ziel hat, wenn man von einer anderen Person angeschossen wird, und die Person natürlich ist, dann wird sie nicht angezeigt, richtig? Doch, doch. Das kann doch nicht sein. Ich hab vorhin... Wer war denn Dete denn? Dann hattest du noch Freakay. Dann hattest du noch Freakay. Oh! Ich hab eben... Eben hat mich ein Dete angegriffen. Der war nicht mein Ziel. Ich hab ihn getötet. Ja! Dann hattest du aber einen Freakay, weil du vorher einen anderen gekriegt hast. Nein, ich hab nicht einen. Das war mit erster Kill die Runde. Ja, aber es kann ja auch sein, dass jemand, den du als Target hattest, von irgendwem getötet wurde. Ja, genau. Nein, der war immer noch mein Ziel danach. Fade. Nein! Warum kündigst du das nicht an? Tut mir leid, Toro, Goro. Der hat mich fast mitgenommen. Ja, aber ich wurde auch fast erschossen wieder. Danke für die Shotgun, Goro. High Five, Goro. Stimmt, ich bin ja Dete. Ich hab total Angst, dass ihr mich abballert, weil ihr auf Pore geschossen habt. Der oben schoss. Was ist das denn hier? Wer ist hier noch? Wer war unten? Alles gut, Leute. Das ist alles gut. Na, er hat Nils gemacht. Er hat Nils gemacht. Er hat Nils gemacht. Der von Nils. Der von Nils. Hab ihn. Ich hab dich nicht angeschossen. Sorry, Leute, aber... Du hättest ihn wieder mit dem Propkill. Du standest oben auf der Treppe und hast dich so positioniert, so viele wie möglich zu treffen. Gaming hast du auch auf den Pixel geschossen. Okay, dann war's völlig random. Aber egal, nein. Du hättest mich deswegen töten können, weil ich auszusehen von einer Secondary Weapon auf den Baby gewechselt habe. Und dann von Pistole auf Pistole. Auf dem Baby. Nee, für mich war's, weil du hast dich so an den Detective, glaub ich, drangestellt. So wirklich an den Rücken. Aber ich bin wirklich grade erst gekommen. Aber wieso wurde grade Pixelspaß Leiche identifiziert, obwohl ich Pixelspaß erschossen hab, als gut Gaming identifiziert wurde? Hä? Welche Leiche? Ich hab Pixelspaß gekillt und als mit Gaming identifiziert wurde. Ist grad einer auf dem Dach? Ja, ich. Nee, Fy, das ist... Du kannst, wenn du jemanden kommst. Na, ey! Das ist Fisk! Fisk will ich sprengen, Leute! Oh, Gott! Oh, Leute! Immer diese Propkiller. Ey, Fisk hat auf mich geschossen. Ich hab nur noch 93. Ich hab Juli gekötet. Oder Grends, komm mal her. Hä? Heb mal die M16 auf. Achso, du hast auch eine. Und jetzt mach mal rechtsklick. Du zoomst mega weit dran. Das bei dir auch? Wer hat... Als ob die so ne Halbsniper schon ist. Ist ne Halbsniper. Ich hab mich jetzt auf den Boden gelegt, ey. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ist das Goro, glaub ich. Und Nephi, ähm... Okay, dann 360. Wenn du jemanden identifizierst, der jemand anderen gekötet hat, wenn jemand aufs Dach kommt, schieß ich. Okay. Ne, aber ich hatte der Pixelspaß getötet. Da kommt noch einer. Ich werd abgeschlagen. Achso. Oh, vielleicht habt ihr das gesehen. Der Gott! Alter, was ist hier denn kaputt? Heilige, lauft! Alter! Oh, der hat den Detective getötet! Ich hab keinen Detective getötet! Ich hab keinen Detective getötet! Ey, du hast die Disco geworfen, den Detective vom Haar gefallen! Aua, 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 aua! Aua, aua, aua! Scheißfrei zum Abschuss! Dallu ist... Dallu ist... Dallu ist doch... Dallu ist es definitiv! Ja, hallo! Ich war doch gar nicht! Nefi! Hallo, Doro! Nefi hat ihm geholfen! Dallu ist Detective! Achso, der ist Detective! Ja, dann ergebe... Warte, hier! Dallu, ich ergebe mich! Überlege dir, wenn du mich töten willst! Oh, weg damit, weg damit! Das ist einer runtergefallen, oder? Nefi ist da andere Leute! Ja, Dallu, viel Spaß! Dallu, nicht fest! Verpiss dich! Huuu! Das war dann wohl Kundran, steht da! Das ist gar nicht wahr! Das Gute ist ja, ähm... Early hatte ja doch noch einen Sinn! Dadurch, dass er gestorben ist, wurde Kundran ja revealed! Hab Nefi! Kundran ist hier im Gang! Dallu, Hilfe! Hm? Mh... Ah! Nein! Bleib offen! Burn in hell! Ist das ne HE, die du vorher geworfen hast? Ist das John? An den D4... John? Ist das John? Ist das John? Ey, kein D4 für Nefi heißt die D4! Tschau! 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 D4! Kam an den D4? Aachen! D4! T6! S5! Vielen Dank.